Hey Leute, kurzes Video zum Thema Seelengewinn. Und zwar habe ich einen Tipp für euch, falls ihr auf Leute stoßt, die nicht ganz das Konzept verstehen, dass das ewige Leben ein Geschenk ist, und dass man aber bitten muss. Und ich hatte eine ganz konkrete Situation, da habe ich jemandem das Evangelium erklärt auf der Straße, ein Atheist, war sehr interessiert, sehr offen, und habe ihm erklärt, dass er eben an Jesus glauben muss, in seinem Herzen glauben muss, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, und den Namen des Herrn anrufen muss, also zum Beispiel beten muss, Jesus, bitte schenk mir ewiges Leben, ich glaube allein an dich, oder so ähnlich. Und seine Reaktion daraufhin war, ja, dann muss ich ja doch was tun. Und was er eben nicht ganz verstanden hatte, ist, dass das ewige Leben zwar ein Geschenk ist, es hängt nicht von unserem Verdienst ab, aber man muss trotzdem natürlich glauben und einfach bitten um das Geschenk. Und wie kann man jetzt jemandem dieses Konzept erklären? Es gibt ein ganz einfaches Beispiel, eine ganz einfache Illustration. Und zwar, wenn ich zum Amt gehe und Hartz IV beantrage, dann bitte ich um das Hartz IV, ich beantrage es. Aber habe ich es mir dadurch verdient, dass ich das beantragt habe? Natürlich nicht. Ja, also ich bin zwar zum Amt gegangen, ich habe es beantragt, ich habe darum gebeten sozusagen, aber dadurch habe ich mir das Hartz IV nicht verdient. Und so ist es auch mit dem ewigen Leben, das kann man gut als Beispiel nutzen. Natürlich ist es kostenlos, wir können nichts dafür bezahlen, wir können es nicht dafür anstrengen. Jesus hat alles getan, aber wir müssen das Geschenk eben ganz einfach annehmen. Und dadurch, dass wir es annehmen, dass wir darum bitten, Herr, bitte schenk mir ewiges Leben, dadurch haben wir uns das nicht verdient. Ich hoffe, dass das ein guter Tipp ist, dass dir das hilft, jemandem das zu erklären, dieses Konzept. Eine kleine Randbemerkung noch dazu, diese Lehre, dass man noch nicht mal glauben kann von sich aus, um das ewige Leben zu bekommen, kommt aus dem sogenannten Kalvinismus. Und lasse ich mich dir gleich sagen, es ist eine falsche Lehre. Denn wir lesen ja natürlich in Apostelgeschichte 16, Vers 30, Und er führte sie heraus und sprach, Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, du kannst nichts tun. Entweder Gott schenkt dir den Glauben, oder du kommst in die Hölle. Ja, das ist natürlich nicht, was da steht, sondern da steht, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Also müssen wir was tun, um gerettet zu werden? Ja, aber es ist nicht unser Verdienst. Wir verdienen uns damit nicht das ewige Leben. Es ist nichts Schwieriges, das wir tun müssen. Wir müssen einfach nur das Geschenk annehmen, einfach nur auf Jesus vertrauen. Ich meine, wie schwierig ist es, ist einfach zu vertrauen. Jesus hat alles getan. Also ich muss nicht ein perfektes Leben leben. Ich muss nicht irgendwie von meinen Sünden umkehren. Wir lesen zum Beispiel im Hebräerbrief, Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Zuhörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Also da sagt uns die Bibel in einem Vers, dass auch jenen die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, das Evangelium verkündigt worden ist. Aber warum hat es ihnen nicht geholfen? Weil es bei den Zuhörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Also der Grund ist nicht Gott, der sie nicht retten wollte, sondern der Grund sind die Zuhörer, die nicht glauben wollten. Es liegt an den Menschen selbst. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Okay, also wenn Gott einfach so Leuten den Glauben schenkt und sie können einfach gar nichts tun, dann müssen alle Menschen gerettet sein, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber es sind nicht alle Menschen gerettet. Es kommen nicht alle Menschen in den Himmel, sondern es kommen die meisten eigentlich in die Hölle. Denn Gott schenkt eben nicht einfach so den Glauben, Gott sagt nicht, du bist gerettet, du bist nicht gerettet, sondern Gott gibt uns die Chance zu glauben. Und wir geben durch das Seelengewinn, durch die Verkündigung, Menschen die Chance, an Jesus Christus zu glauben, das Geschenk entgegenzunehmen. Was müssen sie tun? Einfach glauben. Auf Jesus allein vertrauen und nicht auf sich selbst. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Gottes Segen. Bis dann, einmal. Gottes Segen.